Hallo und jetzt willkommen zu einer weiteren Folge Zimms. Ja, beim letzten Mal waren wir ja hier stehen geblieben. Ja, Dodo, lass ihn doch jetzt duschen gehen. Oh, das ist gut. Ja, Dodo. Ach, Schrofa Natiba. Mhm. Ach, Schrofa Snoop. Schrofa Snoop. Oh, ja. Romantik. Schwörten. Genlernen. Kümmern wir uns jetzt mal. Malabas! Bein. Deg, Deg. Ho, Bisha. Robo. Griha. Watooni. Nor, Dvish. Und Sabadoo. Dfuna-Twe? Aha. Kabooni. Falabo. Und wenn ihr manchmal den Black hört, dann entschuldige ich mich dafür. Er ist ein bisschen laut. Boah. Schoenik. Slabu-Nakwar. Janie, Phoebe, Steba. Oh. Tja. Ah. Der Martin. Oh Gott. Ich hab ihn doch ins Bett geschickt. Oh Gott. Oh Gott. Dennis macht das mal sauber. Oh Gott. Oh Gott. So. Da kann er ja gleich pieseln gehen. Ich kann ja mal nach einer Spürmaschine gucken. Einen Moment mal eben. Ja, aber der ist ein bisschen teuer. Kaufen wir uns irgendwann mal erstmal kümmern wir uns um die Hochzeit von Mottin. Kann sich ja mit seinem Schatz verabreden. Dann muss er heute auch nicht arbeiten. Dennis, wann muss er nochmal ran? Auch heute auch nicht. Jaja. Er ist immer noch krank. Oder wir kaufen uns jetzt erstmal ein Computer. Das ist immer noch krank. Wir können dann ja mal so lange hier hinstellen. Jetzt kann er mal Medizin bestellen hier. Nein, 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 nein. Ja. Medizin, nee, das wird immer so krank. Das ist gut. Quatsch. Das ist gut. Stimmt. Hm. Hm. Ja, ja. Dann wird den Schluck noch. Ach, nein, nein, nein. Au. Es ist ok. Auf den? Er kann ja auch mal, Jungen. super alles Tschüss. Aha. Aha. Mal gucken wir jetzt im Becken ein bisschen beim Sport zu. Mal gucken wir uns ein Auto kaufen. Okay. Nee. Ich ruhe mal ein bisschen vor, damit es nicht so langweilig wird. Ich ruhe mal ein bisschen vor, damit es nicht so langweilig wird. Ja, Frösche suchen. Ein Blattfrotsch. Ja, ja. Super, super. Super. Super, 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 super, super. Super, super. Super, super. Jetzt noch mal ein bisschen drei Stück. Oh, jetzt. Oh, es ist ein bisschen Spaß, aber es ist ein bisschen Spaß. Und der Blick schläft auch. Oho, Couchette! Er macht dann solche... ...Garmilienöben. Bränke Flanobo! Finoi Cho! Levar! Ah, Bebs und Nikoi! Dina! Hahaha! 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 Ah! Ah... Ah! Ah! Sein Schatz! Oder kann der nicht? Ah! 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 Ich brauche das System. Oh, 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 oh. Vor allen Dingen hier oben so richtig Schnauhen. Dann planen wir jetzt mal die Hochzeit. Oh, Lorraine. Mutton. Das ist ja. Flowset, Flowset, Flowset. Blah, Dorze! Blah, Dorze! Ja. Noch Zeit noch. Keine gute Tüte. Hä? Ach, weil wir nicht so viel Geld haben. Och Martin, bist du auch krank? Oh, wow. Das ist doch. Gernar Pelka, der Kopsa. Kipubbe? Klorba? Es ist ein Noi, Herr Kreef. Es ist ein Nei. Ha ha, Yibs. Das ist ein Lieb. Oh, Neista. Ja, Herrda. Oh, Polino. Ha ha ha, Yibsie. So far. Ja, dann kann Martin den nehmen. Medizin nehmen. Dann nimm sie dir mal. Ja, das ist Rutsch. Ich geh schlafen. Ich geh schlafen. Mathe. Romantik. Ja gut, die Folge ist dann hier auch vorbei. Na, dann würde ich sagen. Ich geh zum nächsten Mal. Tschüss. Yeah. Bye. 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 Bye.